ahoi willkommen zu einem neuen video ich bin in iserlohn bei den eisenwald trades das richtig ja sehr gut habe local dabei ein guide braucht gar nicht suchen das ist prima und will auch gar nicht lange labern und wird sagen auf den trail und auf geht's so unbekanntes terrar und feucht genau mein ding das ist jetzt nicht So, welcher Trail ist das? Schmelzbahn. Schmelzbahn. Gut, also erste Abfahrt gleich direkt auf der Schmelzbahn, zehn Meter nach dem Parkplatz. Von den ersten Abfahrten mit Marlin kann ich euch nicht so viel zeigen, weil ich im Nachhinein festgestellt habe, dass die Aufnahmen mit allen Akkus Probleme machen. Das heißt, je leerer der Akku wird, desto weniger funktioniert die Bildstabilisation. Und daher kommen dann die Aufnahmen, die ich dann mit dem anderen Akku gemacht habe. Es geht ja so über 43, 44 Wellen. Es sind sehr viele Wellen. Also Gaps und Tables oder so, ja, aber keine Gaps. Also Gaps dann nur, wenn du von einer in die andere Welle schwingst. Du kannst hier locker alles durchrollen. Okay. Alles klar. Wieder zu leichten Gang. Aber hier einen Schwung behalten. So, die Eisenwaldtrails hier in Iserlohn werden betrieben von der Dead Pedals Society und sind zwei Strecken, die wirklich Laune machen. So, der Marvin ist jetzt nach Hause. Vielen Dank nochmal, dass du Zeit hattest. Und ich fahre jetzt nochmal die Schmelzbahn. Die hat mir gut gefallen. Und so langsam gewöhne ich mich an die Strecke. Und daher würde ich sagen, let's go. So, natürlich immer noch alles feucht und nass. Und immer noch ein bisschen ungewohnt für mich. Aber es wird besser. Da hat man doch fast die Kurve verpeilt. Schöne Strecke. Schöne Strecke. Mit echt angenehmen Kurven. Alles zwar ein bisschen wurzlig und nass, aber saugeil. Und die Kurve verpeilt. Na, der Schwung reicht wohl nicht. Und hierfür auch nicht wirklich. So, und jetzt geht die Strecke noch ein Stück hoch. Und jetzt geht's, woher wir uns schon mal wieder runter gesehen haben. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Ah! So rein. Sau geil. Die Abfahrt hat mal richtig Laune gemacht. So, als nächstes geht es jetzt nochmal auf die Drahtrolle und ich bin sie mit Marvin vorhin schon mal so stückweise gefahren, aber eine Strecke, an die man sich wirklich gewöhnen muss und die von ein bisschen Erfahrung im ersten Teil lebt, aber trotzdem macht es richtig Laune und ich versuche es nochmal. Mit vielen Pumpwellen, wo man natürlich wissen muss, wann kann ich Gas geben und wann nicht. Wow. so mal kurz die Kontrolle die Kamera scheint noch sauber zu sein und ab in den unteren mehr technischen Teil coole Kurven und natürlich trotzdem dicke Pfützen immer wieder so nasse matschige Stellen wo man mal ein bisschen aufpassen muss auf ja wuuch wuucht wuuch wuch wuch und da kommt auch schon das ende der strecke so geil so das war es auch schon wieder für heute hat viel spaß gemacht hier auf den eisenwaldtrails in iserlohn so richtig zwei schöne richtig schöne strecken vielen dank an die dead paddles society für die gute arbeit an den strecken sehr gut ja auch noch mal vielen dank an den marvin dass du dir zeit genommen hattest seinen kanal verlinke ich euch mal unten in der beschreibung hat euch das ganze gefallen lasst du immer einen daumen nach oben da ein like kommentiert mal das ganze wie ihr die trails hier findet seid ihr neu und wollt keine weitere videos von mir verpassen könnt ihr den den kanal kostenlos abonnieren und dann sage ich mal bleibt gesund passt auf euch auf und bis zum nächsten mal tschüss